Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, wo ich jeden Tag eine Battle Royale Runde spiele und versuche zu gewinnen. Das ist Tag 2 und wir sehen uns in der Runde. So Leute, wir sind in der Runde und ich würde sagen, wir landen einfach mal Reckless. So, dann landen wir mal. Und das ist auch die erste, äh, doch nicht Waffe. Ich brauche eine Waffe. Hier. Da haben wir die erste. So und hier ist direkt auch ein Gegner. Oder wo ist der? Ah, der hat diese Fässer hier abgebaut. Ist nicht gut. Der ist hier unten in diesem Bunker drin. Ich würde ihn schon gerne eigentlich haben. Aber, ich glaube, der wird mich wegmetzeln. Da ist einer. Sogar zwei. Mal einen Bot und der andere wahrscheinlich auch. Oder sogar drei. So, und dann nochmal. Aua, 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 aua. Okay, super. Drei Kills. Und wir sind auch schon direkt den nächsten Gegner. Ah, super. Das ging ja sehr schnell. Wir holen uns jetzt einfach mal die Sturmfeiersage. Hier. Damit fahren wir die einmal ganz kurz. Dann nochmal so. Dann nochmal so. Und dann nochmal so. Okay, der droppt uns Fiss hier. Ne, Biggies. Das ist aber neu. Der hat immer Fiss gedroppt. Naja, egal. Hier nimmt man mit. Und dann, ähm, lösen wir mal die Sturmfeiersage ein. Leute, wir holen uns jetzt mal direkt den Bunker. Der ist vorhin in der Zone. Und wenn ich keine Mad-Kids kriege, ich habe leider nur eins. Dann ist es blöd, aber aber wir riskieren es mal. Und rein hier. Wir müssen auf jeden Fall direkt durch sprinten. Und erstmal hier alles mitnehmen. Braucht man nicht. Blöd. Okay. Jetzt fahren wir einfach in die Zone. Ah, schau ich das noch. Ich will jetzt noch keinen Mad-Kid usen. Okay. Ist auch mein einziges. Das heißt, ich muss direkt schnell los. Die Leute, hier ist direkt ein nächster Gegner. Ist auch ein Bot. Aber den nehme ich mit. Trifft aber auch schon ganz viel. Hier sind direkt weiter Gegner. Und das müssten keine Bots sein. Boah, oder ich gehe jetzt einfach auf die Insel und pfeife jetzt auf die Kills. Ja, das mache ich. Ich gehe jetzt hier drauf. Und dann kann ich ja immer noch mit Fiss oder mit Jumphead flüchten. So, fast eingenommen. Und... Jetzt. Was gibt's hier schönes? Leute, ich bin jetzt gerade gestorben. Der hat mich so auseinander genommen. Ich konnte nicht aufnehmen. Wollte ich eigentlich. Der kam auf die Insel, hat mich mit drei Schüssen weggepumpt und... Ich war tot. Ich hab den nicht kommen hören. Naja, ähm... Die nächste Runde, also die nächste Folge wird dann morgen kommen. Und dann auf jeden Fall, äh... Bis morgen. Euer Mikomenik. Ciao, ciao. Uhr... ...